Aus Deutschland, wenn sie richtig Karriere machen wollen, klar, sie gehen nach Amerika, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Was machen wiederum Künstler aus Amerika, wenn sie Karriere machen wollen? Sie kommen zu uns nach Deutschland, ist so geschehen, bei Melanie Thornton und Delaine McRae Jr. Kennen sie nicht? Kennen sie doch. Hier sind La Vouche! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sweet dreams are taking over Sweet dreams are dancing through the night Sweet dreams are dancing through the night Sweet dreams are dancing through the night Untertitelung des ZDF für funk, 2017 RSH Gold für die erfolgreichste deutsch-produzierte Gruppe des Jahres 1995, La Busch! RSH Gold für funk, 2017 Dankeschön. In diesem Sinne, thank you very much for being here. La Bush!